Textbuch Ein Kurs in Wundern Reuthof Verlag Kapitel 5 Heilung und Gansheit Nummer 2 Die Stimme für Gott Seite 75 bis 78 Heilen ist nicht erschaffen, es ist wiedergutmachen. Der Heilige Geist fördert die Heilung, indem er über sie hinaus auf das schaut, was die Kinder Gottes waren, bevor Heilung notwendig wurde und was sie sein werden, wenn sie geheilt sind. Diese Veränderung der zeitlichen Abfolge sollte ziemlich vertraut sein, weil sie sich dem Wechsel in der Zeitwahrnehmung sehr ähnlich ist, den das Wunder herbeiführt. Der Heilige Geist ist die Motivation für die Wundergesinntheit, die Entscheidung, die Trennung dadurch zu heilen, dass man sie loslässt. Dein Wille ist immer noch in dir, weil Gott ihn in deinen Geist legte. Und ob schon du ihn schlafen lassen kannst, kannst du ihn nicht auslöschen. Gott selbst erhält deinen Willen am Leben, indem er ihn von seinem Geist auf deinen überträgt, solange es die Zeit gibt. Das Wunder selbst ist eine Widerspiegelung dieser Vereinigung des Willens zwischen Vater und Sohn. Der Heilige Geist ist der Geist der Freude. Er ist der Ruf zur Umkehr, mit dem Gott den Geist seiner getrennten Söhne gesegnet hat. Das ist die Berufung des Geistes. Der Geist hat bis zur Trennung keine Berufung, weil er vorher nur Sein hatte und den Ruf nach richtigem Denken nicht verstanden hätte. Der Heilige Geist ist Gottes Antwort auf die Trennung, das Mittel, durch das die Söhne heilt, bis der ganze Geist wieder zurückkehrt zum Erschaffen. Das Prinzip der Söhne und die Trennung begann zur selben Zeit. Als das Ego gemacht wurde, legte Gott den Ruf nach Freude in den Geist. Dieser Ruf ist so stark, dass sich das Ego immer auflöst, wenn er ertönt. Deshalb musst Du Dich entscheiden, eine von zwei Stimmen in Dir zu hören. Die eine hast Du selbst gemacht und diese stammt nicht von Gott. Die andere aber ist Dir von Gott gegeben, der Dich bittet, nur auf sie zu hören. Der Heilige Geist ist in seinem ganz buchstieblichen Sinn in Dir. Sein ist die Stimme, die Dich dorthin zurückruft, wo Du vorher warst und wieder sein wirst. Es ist sogar in dieser Welt möglich, nur diese Stimme und keine andere zu hören. Es braucht Bemühen und große Bereitwilligkeit zu lernen. Es ist die letzte Lektion, die ich gelernt habe. Und Gottes Söhne sind ebenso gleich als Lernende wie als Söhne. Du bist das Himmelreich, aber Du hast den Glauben an die Dunkelheit in Deinen Geist eindringen lassen. Deshalb brauchst Du ein neues Licht. Der Heilige Geist ist das Strahlen, dem Du erlauben musst, die Idee der Dunkelheit zu verbannen. Sein ist die Herrlichkeit, vor der die Dissoziation hinwegfällt und das Himmelreich zu dem durchbricht, was sein Eigen ist. Vor der Trennung hast Du keine Führung gebraucht. Du erkanntest, wie Du wieder erkennen wirst, wie Du aber jetzt nicht erkennst. Gott führt nicht, weil er nur vollkommene Erkenntnis teilen kann. Führung ist wertend, weil sie besagt, dass es einen rechten und auch einen falschen Weg gibt. Einen, der gewählt. Und den anderen, der gemieden werden sollte. Indem Du einen wählst, gibst Du den anderen auf. Die Entscheidung für den Heiligen Geist ist die Entscheidung für Gott. Gott ist nicht im wörtlichen Sinn in Dir. Du bist Teil von ihm. Als Du Dich entschieden hast, ihn zu verlassen, gab er Dir eine Stimme, die für ihn sprechen sollte, weil er seine Erkenntnis nicht mehr ungehindert mit Dir teilen konnte. Die direkte Kommunikation war abgebrochen, weil Du eine andere Stimme gemacht hattest. Der Heilige Geist ruft Dich sowohl zum Erinnern als auch zum Vergessen auf. Du hast Dich entschieden, in einem Zustand der Opposition zu sein, in dem Gegensätze möglich sind. Als Folge davon musst Du Entscheidungen treffen. Im Heiligen Zustand ist der Wille frei, sodass seine schöpferische Kraft unbegrenzt ist und Entscheidungen bedeutungslos sind. Die Freiheit, eine Wahl zu treffen, ist dieselbe Kraft, wie die Freiheit zu erschaffen, doch wird sie anders angewendet. Entscheiden beruht auf einem gespaltenen Geist. Der Heilige Geist ist eine Möglichkeit der Entscheidung. Gott hat seine Kinder nicht ohne Trost gelassen. Ob schon es ihre Entscheidung war, ihn zu verlassen. Die Stimme, die sie in ihren Geist taten, war nicht die Stimme für seinen Willen, für den der Heilige Geist spricht. Die Stimme des Heiligen Geistes befiehlt nicht, weil sie der Arroganz nicht fähig ist. Sie fordert nicht, weil sie keine Kontrolle sucht. Sie überwältigt nicht, weil sie nicht angreift. Sie ist unwiderstehlich, nur um dessen Willen, woran sie dich erinnert. Sie ruft dir den anderen Weg in Erinnerung und bleibt sogar inmitten des Aufruhrs ruhig, den du womöglich stiftest. Die Stimme für Gott ist immer leise, weil sie vom Frieden spricht. Frieden ist stärker als Krieg, weil Frieden heilt. Krieg ist Teilung, nicht Mehrung. Niemand gewinnt durch Zwist. Was hilfe es dem Menschen, so er die ganze Welt gewinne und doch Schaden nehme an seiner Seele. Wenn du auf die falsche Stimme hörst, dann hast du deine Seele aus den Augen verloren. Du kannst sie nicht verlieren, aber es ist möglich, dass du sie nicht erkennst. Sie ist deshalb für dich verloren, bis du dich richtig entscheidest. Der Heilige Geist ist dein Führer beim Entscheiden. Er ist der Teil deines Geistes, der immer für die richtige Entscheidung spricht, weil er für Gott spricht. Er ist das, was dir an Kommunikation mit Gott übrig bleibt, die du zwar unterbrechen, aber nicht zerstören kannst. Der Heilige Geist ist der Weg, auf dem der Wille Gottes auf Erden wie im Himmel geschieht. Sowohl der Himmel als auch die Erde sind in dir, denn der Ruf beider ist in deinem Geist. Die Stimme für Gott kommt von deinen eigenen Altären, für ihn. Diese Altäre sind keine Dinge, sie sind Arten der Hingabe. Doch gibst du dich jetzt etwas anderem hin. Deine gespaltene Hingabe hat dir die beiden Stimmen gegeben und du musst dich entscheiden, an welchem Altar du dienen willst. Auf welchen Ruf du jetzt hörst, ist eine Bewertung, weil es eine Entscheidung ist. Die Entscheidung ist ganz einfach. Sie richtet sich danach, welcher Ruf dir mehr wert ist. Mein Geist wird immer wieder deine sein, weil wir als Ebenbürtige erschaffen wurden. Es war allein meine Entscheidung, die mir alle Gewalt im Himmel und auf Erden gab. Meine einzige Gabe an dich ist, dir zu helfen, die gleiche Wahl zu treffen. Diese Wahl ist die Entscheidung, sie miteinander zu teilen, weil die Entscheidung selbst die Entscheidung zum Miteinander teilen ist. Sie wird durch Geben getroffen und ist daher die eine Wahl, die wahre Schöpfung gleicht. Ich bin dein Vorbild beim Entscheiden. Indem ich mich für Gott entschied, zeigte ich dir, dass diese Entscheidung getroffen werden kann und dass du sie treffen kannst. Ich habe dir versichert, dass der Geist, der für mich entschieden hat, auch in dir ist und dass du dich von ihm verändern lassen kannst, genauso wie er mich verändert hat. Dieser Geist ist unzweideutig, weil er nur eine Stimme hört und nur auf eine Art antwortet. Du bist mit mir das Licht der Welt. Du bist mit mir das Licht der Welt. Ruhe kommt nicht vom Schlafen, sondern vom Erwachen. Der Heilige Geist ist der Ruf, zu erwachen und froh zu sein. Die Welt ist sehr müde, weil sie die Idee der Müdigkeit ist. Uns ist die freudige Aufgabe übertragen, sie zum Ruf für Gott zu wecken. Alle werden auf den Ruf des Heiligen Geistes Antwort geben, sonst kann die Sohnschaft nicht wie eins sein. Welch bessere Berufung könnte es für irgendeinen Teil des Himmelreiches geben, als dessen vollkommene Integration wiederherzustellen, die es ganz machen kann. Höre nur dies durch den Heiligen Geist in dir und lehre deine Brüder hinzuhören, wie ich es dich lehre. Wenn dich die falsche Stimme in Versuchung führt, dann wende dich an mich, damit ich dich erinnere, wie du heilen kannst, indem du meine Entscheidung teilst und sie verstärkst. Wenn wir dieses Ziel miteinander teilen, mehren wir seine Kraft, die ganze Sohnschaft anzuziehen und sie in das Einssein zurückzubringen, indem sie erschaffen wurde. Lass uns den Satz, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht, wie folgt neu formulieren. Wir wollen uns verbinden, denn ich bringe euch das Licht. Ich habe dich ermahnt, dich so zu verhalten, wie ich mich verhalten habe. Aber dazu müssen wir auf den gleichen Geist reagieren. Dieser Geist ist der Heilige Geist, dessen Wille immer für Gott ist. Er lehrt dich, wie du mich als Vorbild für dein Denken beibehalten und dich als Folge davon so verhalten kannst, wie ich. Die Kraft unserer gemeinsamen Motivation ist unfassbar, nicht aber unerreichbar. Was wir zusammen erreichen können, kennt keine Grenzen, weil der Ruf für Gott die Anrufung des Grenzenlosen ist. Kind Gottes, meine Botschaft ist für dich bestimmt, damit du sie hörst und verschenkst, indem du dem Heiligen Geist in dir antwortest. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!